Exodablog Wissen, der Podcast der Was Weiß. Worum geht es bei der aktuellen Anklage gegen Björn Höcke? Björn Höcke, der oft als polarisierende Figur innerhalb der politischen Landschaft Deutschlands bezeichnet wird, steht aktuell im Zentrum einer Anklage, die sich auf Äußerungen bezieht, welche er gegen den Zentralrat der Juden gerichtet hat. Diese kontroverse Episode ereignete sich während der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes im Jahres 2021. Als die Emotionen in der politischen Szene des Landes auf einem Kochpunkt waren. Höcke, der für seine flammenden Reden bekannt ist und zahlreiche Kritiken für seine Positionen entgegennimmt, hatte sich in einer unfassbaren Weise geäußert, die landesweit für Aufruhr sorgte. Inmitten seiner wortgewandten Angriffe und seiner oft schockierenden polemischen Aussagen richtete er sein Augenmerk auf den Zentralrat der Juden, eine Institution, die aus historischen, kulturellen und moralischen Gründen in Deutschland einen besonderen Stellenwert einnimmt. Während die Wahlkampagne voll im Gange war und die Parteien auf der Suche nach Unterstützung und Stimmen durch das ganze Land reisten, blieb dieser besondere Vorfall nicht unentdeckt. In einer Zeit, in der das ganze Land aufgrund der bevorstehenden Wahlen in einem politischen Fieber verstrickt war, löste diese Aussage von Höcke eine Welle der Empörung aus. Im Herzen des Sturms befand sich Höcke, dessen Worte wellenartige Reaktionen hervorriefen, die weit über die Grenzen des politischen Spektrums hinausgingen. In der Folge dieser umstrittenen Aussage hat der Zentralrat der Juden, eine Institution, die stets bemüht ist, die Interessen und Rechte der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu verteidigen und zu vertreten, nicht lange gezögert, um gegen die skandalösen Worte von Höcke vorzugehen. Es dauerte nicht lange, bis eine Anklage erhoben wurde, die sich speziell auf Höckes abscheuliche Äußerungen gegen den Zentralrat bezog. Der Fall, der aktuell im Mittelpunkt der rechtlichen Auseinandersetzungen steht, ist mehr als nur ein weiterer juristischer Konflikt innerhalb der chaotischen politischen Szenerie Deutschlands. Es ist eine direkte Konfrontation zwischen den Machern der Politik und der moralischen Verantwortung, die diese Positionen mit sich bringen. Besonders in Zeiten von Wahlen, wenn die Augen des ganzen Landes auf die politischen Lieder gerichtet sind, ist die Wahrung des Respekts und der Würde aller Bürger und Institutionen Deutschlands von entscheidender Bedeutung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht es in der Anklage jedoch nicht nur um klar definierte rechtliche Grenzen, sondern auch um einen gesellschaftlichen, moralischen und historischen Kontext, der in Deutschland besonders tiefgründig und komplex ist. Es geht darum, ob die Meinungsfreiheit, ein wesentlicher Pfeiler jeder modernen Demokratie, dazu missbraucht werden darf, Hass, Verleumdung und Respektlosigkeit zu verbreiten. Die ganze Angelegenheit nimmt einen Platz von entscheidender Bedeutung auf der politischen Bühne ein und wirft zahlreiche Fragen über die Verantwortung von Politikern gegenüber der Gesellschaft und den Institutionen auf, die sie regieren. Es ist absehbar, dass die Entscheidung in diesem Fall weite Wellen schlagen und einen bedeutenden Einfluss auf die zukünftige politische Kultur in Deutschland haben wird. Björn Höcke ist eine Schlüsselpersönlichkeit in der gegenwärtigen politischen Landschaft Deutschlands. Als Landesvorsitzender der Alternative für Deutschland, AfD in Thüringen und prominentes Gesicht der rechtsnationalen Strömung innerhalb der Partei, die oft als Flügel bezeichnet wird, prägt seine Persönlichkeit die Ausrichtung und die politische Agenda der Partei stark mit. Höcke hat sich über die Jahre als ein starker Fürsprecher nationaler Interessen und als eine der kontroversesten Persönlichkeiten in der deutschen Politik etabliert. Der Thüringer Vorsitzende ist für seine leidenschaftlichen und lebhaften Diskurse bekannt, in denen er sich oft zutiefst kritisch mit aktuellen politischen Entscheidungen auseinandersetzt und dabei nicht davor zurückschreckt, etablierte Strukturen und Mechanismen offen infrage zu stellen. Seine politische Karriere ist eng mit dem Aufstieg der Alternative für Deutschland verbunden und repräsentiert die dynamische und polarisierende Natur dieses politischen Phänomens. Unter seiner Führung hat die AfD in Thüringen im vergangenen Jahrzehnt einen beeindruckenden Aufstieg erlebt. Dabei hat er sich durch sein Charisma und seinen starken Willen, politische Debatten anzustoßen und Herausforderungen anzunehmen, einen Namen gemacht. Höcke gilt zudem als das Gesicht des rechtsnationalen Flügels der AfD. Diese Strömung innerhalb der Partei steht für eine besonders konservative Auslegung von nationalen Werten und Interessen, die oftmals polarisiert und intensive gesellschaftliche Diskurse provoziert. Der Flügel ist tief in den ländlichen Regionen Deutschlands verwurzelt und erhält gerade hier die meiste Unterstützung für seine Politik. Die politische Identität und das Auftreten von Björn Höcke sind eine deutliche Manifestation dieser Gruppe. Sein politischer Diskurs, durchzogen von stark nationaler Rhetorik und kulturellen Anklängen, ist ein unverkämmbares Merkmal der rechtsnationalen Fraktion innerhalb der AfD. Seine Äußerungen und Positionen tragen dazu bei, die Vision und Ausrichtung dieser Partei zu definieren und ihre Präsenz in der politischen Arena zu festigen. Seine starke Führungsrolle in Thüringen und seine Ausrichtung auf den rechtsnationalen Flügel machen Björn Höcke zu einer wichtigen Figur in der deutschen Politik. Sein politischer Einfluss reicht weit über die Grenzen Thüringens hinaus, er wirkt landesweit und prägt das politische Klima. Denn wo immer man politisch steht, sein Einfluss und seine Ausrichtung können nicht ignoriert werden. Sie werfen grundlegende Fragen über die zukünftige Ausrichtung und die Pfade, die die deutsche Politik in den kommenden Jahren nehmen wird, auf. Inmitten des politischen Mahlstroms der Bundestagswahlkampagne 2021 trat Björn Höcke auf das öffentliche Parkett und erhob schwere Vorwürfe gegen den Zentralrat der Juden. Er behauptete, der Zentralrat würde sich unverhältnismäßig und ungehörig in die Politik einmischen, ein Statement, welches aufflammende Kontroversen und harte Kritik nach sich zog. Die Aussagen, die Höcke dabei traf, wirkten wie Funken in einem bereits entflammten Diskurs über die Rolle von religiösen Organisationen und Interessenvertretungen in der modernen deutschen Politik. Höcke, bekannt für seine unerschrockenen und oftmals polarisierenden Ausführungen, verdichtete in seinen Äußerungen eine aufkeimende Tendenz in der politischen Szenerie Deutschlands. Das grundsätzliche Misstrauen in Organisationen, die eine Verbindung von Religion und Politik herstellen. Er legte die Bruchlinie bloß, die mitten durch die deutsche Gesellschaft zu verlaufen scheint, zwischen denjenigen, die eine klare Trennung von Religion und Politik befürworten und denen, die diese beiden Bereiche miteinander verzahnt sehen möchten. Als Politiker warf Björn Höcke seine ganze Autorität in die Waagschale, um diesen Vorwurf zu formulieren. Er beklagte, dass der Zentralrat der Juden seine Position und seinen Einfluss dazu nutze, um die politische Landschaft Deutschlands zu verschieben. Obwohl er nicht sparte mit Details zur Art und Weise, wie sich der Zentralrat einmischen würde, waren es seine Worte und die dahinterstehende Anschuldigung, die den Nerv der Öffentlichkeit trafen. In dem Moment, in dem Höcke seine Aussagen machte, brach rund um ihn ein Sturm der Kontroverse aus. Die Behauptungen, die in seinen Worten mitschwangen, zogen eine tiefe Furche durch das politische Feld. Sie spiegelten einen Konflikt wider, der tief in der deutschen Gesellschaft wurzelt. Einer Gesellschaft, die nach wie vor mit den Geistern ihrer Vergangenheit ringt. Die Frage nach der Rolle des Zentralrats der Juden, nach seiner Legitimation und dem Umfang seiner Einflussnahme auf die Politik, spielte plötzlich eine zentrale Rolle im öffentlichen Diskurs. Befeuert durch die Worten von Björn Höcke wurden hitzige Debatten entfacht, Diskussionen, die weit über das politische Geschehen hinaus auch die Grundfesten der modernen deutschen Demokratie berührten. Die aktuelle Anklage gegen Björn Höcke, die sich auf seine Äußerungen gegen den Zentralrat der Juden bezieht, ist deshalb mehr als nur ein weiterer Vorfall im politischen Betrieb. Sie ist ein Symbol für tiefe gesellschaftliche Konfliktlinien, für das Ringen um Identität und um die Frage, wie offen und flexibel die mechanischen Getriebe des politischen Systems sein sollten. Es ist eine Auseinandersetzung, die das Potenzial hat, weitreichende Konsequenzen für das zukünftige Gesicht Deutschlands zu haben. Für Björn Höcke selbst ist diese Anklage eine Herausforderung, die seinen politischen Weg definitiv prägen wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Verhandlungen entwickeln und welche Auswirkungen sie auf das politische und gesellschaftliche Klima in Deutschland haben wird. Die öffentlichen Äußerungen von Björn Höcke, die er während der Bundestagswahl 2021 tätigte, wurden rasch zum Gegenstand intensiver Prüfungen und Untersuchungen. Die Berliner Staatsanwaltschaft nahm Höckes Worte und deren Folgen sehr ernst und begann, die Aussagen auf strafrechtliche Schlussfolgerungen hin zu analysieren. Es war innerhalb dieses Prozesses, dass die Staatsanwaltschaft die entscheidende Bewertung abgab. Höckes Aussagen könnten, sollten sie als rechtswidrig eingestuft werden, als Volksverhetzung gewertet werden. In der rechtlichen Terminologie ist Volksverhetzung ein schwerwiegendes Vergehen. Sie bezeichnet eine Reihe von Taten, ob verbal oder nicht-verbal, die dazu gedacht sind, zum Hass gegen eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe aufzustacheln. Das Gesetz zur Volksverhetzung versucht, das fragile Gleichgewicht zwischen Meinungsfreiheit und dem Schutz von Minderheiten und den Schwächsten in der Gesellschaft zu wahren. Ein Spagat, der selten einfach ist. Die Vorstellung, dass Höckes Aussagen von ihm mit dem klaren und absichtlichen Ziel gemacht wurden, Hass gegen den Zentralrat der Juden zu schüren, brachte eine neue Dimension in die bereits geführten Diskussionen und Kontroversen. Die Zusammenfassung der Staatsanwaltschaft legte nahe, dass Höckes Aussagen nicht nur politische Rhetorik, sondern möglicherweise mit Vorsatz gemacht wurden, um eine bestimmte Reaktion in der Gesellschaft hervorzurufen. Die Standpunkte und Anschuldigungen, die Höcke während der Bundestagswahl aufstellte, wurden demnach durch die Brille der Volksverhetzung betrachtet. Er sah sich jetzt nicht mehr einer politischen Herausforderung, sondern einem potenziellen strafrechtlich relevanten Verstoß gegenüber. Die Konsequenzen seines Handelns wirkten sich plötzlich in einer ganz neuen Weise aus. Nicht nur auf sein politisches Handeln, sondern auf seine persönliche Freiheit und seinen sozialen Stand. Mit der Einschätzung der Staatsanwaltschaft hat sich Höcke auf ein juristisch heikles Terrain begeben. Seine Aussagen, die er inmitten politischer Kämpfe machte, könnten ihm nun auf persönlicher Ebene schaden. Die Linie zwischen politischer Meinungsäußerung und strafbaren Verhaltens ist schmal und oft verwischt. Die Anklage gegen Höcke wegen mutmaßlicher Volksverhetzung bedeutet jedoch nicht, dass er dringend für schuldig befunden wird. Die Wahrheit liegt weit davon entfernt. Vor dem Gericht, wo nicht politische Meinungen, sondern die Härte des Gesetzes gilt, hat Höcke immer noch die Gelegenheit, seine Handlungen zu rechtfertigen und die Anschuldigungen zu widerlegen. Aber die Tatsache, dass solche ernsten Anklagen erhoben wurden, zeigt die schwere Last, die auf seinen Aussagen lastet. Die kommenden Gerichtsverhandlungen werden außerordentlich aufschlussreich sein, um die Überschneidungen und Spannungen zwischen freier Meinungsäußerung und Schutz von Minderheiten in Beleidigungs- und Hetzprozessen zu beleuchten. Die aufgewühlten Wassern der politischen Landschaft in Deutschland während der Bundestagswahlen 2021 boten eine atemberaubende Kulisse für die weithin kontroversen Aussagen Björn Höckes des Landesvorsitzenden der AfD Thüringen. Inmitten dieses politischen Tauziehens wurde Höckes Rhetorik im Mittelpunkt der Debatte plötzlich um eine Dimension erweitert. Die Anschuldigung der Einmischung Höcke richtete seinen Angriff gegen den Zentralrat der Juden, eine überaus angesehene und einflussreiche Institution des jüdischen Lebens in Deutschland. Der Zentralrat repräsentiert und vertritt die Interessen der jüdischen Gemeinschaften und Mitglieder auf nationaler Ebene und dient als eine starke und deutliche Stimme gegen Antisemitismus und Diskriminierung. Höcke jedoch maß ihm eine gänzlich andere Rolle zu. Er behauptete, dass der Zentralrat der Juden nicht nur gegen die Interessen des deutschen Volkes handeln würde, sondern sich auch aktiv in die Innenpolitik des Landes einzumischen versuchte. Höckes Aussagen waren nicht nur heftig und entschieden, sondern sie erschütterten auch die Grundfesten der Zusammenarbeit und des respektvollen Austauschs zwischen politischen Akteuren und Religionsgemeinschaften im Land. Sein Vorgehen wurde als ein Versuch betrachtet, eine Spaltung zu säen und das Vertrauen in die Institutionen des Landes zu erschüttern. Die Ungeheuerlichkeit der Vorwürfe, die er erhob, führte zu einer intensivierten Auseinandersetzung. Die Behauptung, der Zentralrat würde gegen die Interessen des deutschen Volkes handeln, warf die ernste und besorgniserregende Frage auf, wer oder was in Höckes Augen als deutsches Volk definiert wurde. Die implizite Ausschlusspolitik, die in dieser Formulierung steckte, wirkte auf viele Beobachter sowohl bedrohlich als auch destabilisierend. Unterdessen wurde Höckes Vorwurf an den Zentralrat, er mische sich in die Innenpolitik des Landes ein, als ein Versuch gesehen, das Engagement und die Beiträge rechtmäßiger Interessengruppen zu diskreditieren und zu delegitimieren. Diese Vorwürfe führten dazu, dass Höcke und seine Aussagen unter juristischer Lupe landeten, beleuchtet durch den Strahlwerfer der deutschen und internationalen Presse. Sie brachten eine Lawine von Kritik, Verurteilung und Kontroverse über ihn, die nicht nur seine politische Karriere, sondern auch seine persönliche Reputation beeinflussten. Was als politischer Schlagabtausch begann, wurde schnell zu einer komplexen juristischen Auseinandersetzung, die tiefe und weitreichende Auswirkungen auf die politische Debatte in Deutschland haben könnte. Höckes Aussagen brachten nicht nur ihn selbst in die Schusslinie, sondern warfen auch ein Schlaglicht auf die schmale und oft verschwommene Linie zwischen freier Meinungsäußerung und der Anstiftung zu Hass und Diskriminierung. Die Reaktion des Zentralrates der Juden auf Höckes Äußerungen erfolgte schnell und entschieden. Sie brandmarkten seine Aussagen nicht nur als konfrontativ, provokativ und falsch, sondern auch als tiefgehend antisemitisch. Für diejenigen innerhalb des Zentralrates, sowie für viele andere, die die Situation beobachteten, war Höckes Rhetorik ein schmerzhafter Ausdruck von religiöser Diskriminierung und Hass, eingebettet in einen politischen Kontext. Seine Behauptungen wurden als Versuche gesehen, Juden als andere zu markieren, ihr Engagement in der deutschen Politik zu delegitimieren und sie auf unfaire und unbegründete Weise ins Ziel zu nehmen. Angesichts dieser Bewertung reagierte der Zentralrat der Juden proaktiv. Sie beschlossen, Strafanzeige gegen Höcke wegen Volksverhetzung zu erstatten. Dieser Vorstoß fiel mit ihrer Mission zusammen, Antisemitismus in Deutschland und darüber hinaus zu bekämpfen. Und ihre Aktion wurde als ein deutliches Zeichen ihrer Entschlossenheit gesehen, sich gegen Diskriminierung und Hass zur Wehr zu setzen. Mit der Einreichung der Strafanzeige wurde ein neues Kapitel in diesem beunruhigenden Vorfall aufgeschlagen. Die Aktion des Zentralrates der Juden fügte der ohnehin schon heizenden politischen und sozialen Debatte über Höckes Aussagen eine neue Schicht hinzu. Es wirkte als ein Ankerpunkt, ein unmissverständliches Signal der Entschlossenheit des Zentralrats, gegen solche Ausdrücke von antisemitischem Hass, wo immer sie auftauchen, einzutreten. Mit einem Mal war klar, dass das, was anfangs möglicherweise als ein schockierender, aber isolierter Ausbruch von provozierender Rhetorik abgetan werden könnte, in Wirklichkeit zu einem testenden und potenziell präzedenzschaffenden Fall geworden war. Die Strafanzeige gegen Höcke stellte das komplexe Zusammenspiel von freier Meinungsäußerung, politischer Rhetorik und diskriminierendem Hass in den Vordergrund und brachte eine Diskussion in Bewegung, die weit über das ursprüngliche Ereignis hinausging. Es erhöhte auch den Druck auf Höcke und seine Partei, sich nicht nur öffentlich für seine Aussagen zu rechtfertigen, sondern auch vor dem Gesetz. Die Auswirkungen dieser Strafanzeige sowohl auf Höcke persönlich als auch auf die größere politische Landschaft Deutschlands waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Mit der Einreichung der Strafanzeige durch den Zentralrat der Juden rückte eine mögliche Verurteilung Höckes wegen Volksverhetzung in den Bereich des Möglichen. Die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen für Höcke konnten erheblich sein. Nach dem deutschen Strafgesetzbuch drohen bei einer Verurteilung wegen Volksverhetzung erhebliche Strafen. Im speziellen Gesetzestext des § 130 StGB wird Volksverhetzung als Straftat definiert, die mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden kann. Höckes politische Karriere könnte durch eine solche Verurteilung erheblich beeinträchtigt werden. Aber darüber hinaus könnten die persönlichen und finanziellen Folgen einer Freiheitsstrafe oder Geldstrafe langfristige Auswirkungen auf sein Leben haben. Nicht nur, dass eine Gefängnisstrafe in jeder Hinsicht eine harte Strafe darstellt, es könnte auch dazu führen, dass er seine politische Position und seinen Einfluss einbüßt. In ähnlicher Weise könnte eine erhebliche Geldstrafe seine finanzielle Stabilität gefährden und ihm eine zusätzliche Bürde auferlegen. Ganz zu schweigen davon, dass der Reputationsschaden, der durch eine Verurteilung wegen Volksverhetzung entsteht, seine politische Zukunft vollständig zerstören könnte. Das Ansehen einmal verloren ist schwer wiederherzustellen. Und die Stigmatisierung, die mit einer solchen Straftat verbunden ist, kann langfristige negative Auswirkungen auf sein persönliches und öffentliches Leben haben. Inmitten aller Unsicherheit war jedoch eines klar. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, hätte das nicht nur weitreichende Auswirkungen auf Höcke selbst, sondern auch auf das größere politische Klima in Deutschland. Es würde eine sehr klare Botschaft senden, dass Hassreden und die Verbreitung von Vorurteilen und Diskriminierung nicht toleriert werden, egal wer der Täter ist. Und es würde einen Präzedenzfall schaffen für künftige Fälle von Volksverhetzung, insbesondere solche, die innerhalb der Arena der politischen Rhetorik auftreten. In der hitzigen Debatte und Kontroverse, die von den Anschuldigungen ausgelöst wurde, blieb eine wichtige Stimme aus, die von Björn Höcke selbst. Trotz des hohen Drucks und der Tatsache, dass er im Mittelpunkt eines heftigen Sturms stand, hatte Höcke bisher keine öffentliche Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben. Diese Pause in der Kommunikation, ob strategisch oder aus anderen Gründen, fügte dem Drama nur eine weitere Schicht der Unsicherheit und Zuspitzung hinzu. Denn diese Stille ließ einen Raum für Spekulationen offen. Was dachte Höcke zu diesen schweren Anschuldigungen? Wie plant er, sich zu verteidigen? Hat er irgendeine Art von Reue oder Bedenken über seine Aussagen? Wie würden seine Antwort auf die Anschuldigungen und seine folgenden Handlungen das breite Publikum beeinflussen, sowohl seine Unterstützer als auch seine Kritiker? In Zeiten intensiver und konsequenzerfüllter Krisen wie dieser werden Worte, Stellungnahmen und Aussagen oft zu politischen Instrumenten. Sie haben die Fähigkeit auszulösen, zu beschwichtigen, zu eskalieren oder zu versöhnen. Sie können Unterstützung mobilisieren oder Gegenreaktionen hervorrufen. Sie können Hass anfachen oder zur Verständigung aufrufen. In diesem Zusammenhang war Höckes Schweigen zu diesem Zeitpunkt ein Vakuum, das darauf wartete, gefüllt zu werden. Die gesamte politische Szenerie war in Erwartung seiner Stellungnahme gespannt. Denn seine Worte könnten den Ausgang der laufenden Krise erheblich beeinflussen. Sollte Höcke sich für seine umstrittenen Äußerungen entschuldigen und Verantwortung übernehmen, könnte es etwas von dem ausgeübten Druck mildern. Wenn er jedoch seine zuvor gemachten Aussagen weiterhin vehement verteidigt oder sogar noch mehr polarisierende Aussagen macht, könnte das die Situation noch weiter zuspitzen und zu einer noch größeren Spaltung führen. Björn Höckes Stille zu diesem Zeitpunkt bedeutete keineswegs das Ende der Debatte. Im Gegenteil, es war eher ein Stillstand vor dem Sturm, eine Atempause, in der die Akteure und Beobachter den nächsten Schritt abwarteten, der den Verlauf dieser Kontroverse entscheiden könnte. Die Anklage gegen Höcke entzündete nicht nur in der politischen Arena Deutschlands, sondern auch weit darüber hinaus eine breite Diskussion. In den Korridoren der Macht, auf den Straßen und Plätzen der deutschen Städte, in den sozialen Medien und in den Talkshows des Fernsehens wurde sein Verhalten analysiert, diskutiert und beurteilt. Eine Mehrheit der Politiker und Organisationen innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik, einschließlich prominenten Mitgliedern anderer politischer Parteien und renommierten jüdischen Organisationen, sah die Anklage gegen Höcke als gerechtfertigt an. Sie plädierten für eine harte Haltung gegen jegliche Form von Hassreden und beleidigenden Äußerungen. Sie waren der Ansicht, dass solche ausgrenzenden und polarisierenden Aussagen wie die von Höcke keinen Platz in der öffentlichen Diskussion haben sollten. Unter den politischen Führern, die ihre Stimme gegen Höcke erhoben, waren einige bedeutende Persönlichkeiten. Sie hegte tiefe Bedenken gegen die Hate Speech und die rassistischen und ausgrenzenden Botschaften, die angeblich von Höcke verbreitet wurden. Sie verurteilten seine Worte in öffentlichen Stellungnahmen und betonten die entscheidende Bedeutung von Respekt, Integrität und der Wahrung der Werte einer demokratischen Gesellschaft. Aber es waren nicht nur die politischen Parteien, die ihre Missbilligung zum Ausdruck brachten. Eine Reihe anerkannter jüdischer Organisationen, die sowohl in Deutschland als auch international agieren, unterstützte ebenfalls die Anklage gegen Höcke. Sie sahen in seinen Äußerungen einen klar definierten Fall von Antisemitismus und lehnten seine Angriffe auf den Zentralrat der Juden, der die Interessen der jüdischen Gemeinde in Deutschland vertritt, vehement ab. Vor diesem Hintergrund wurde die Anklage gegen Höcke zum Brennpunkt einer breiten Debatte über die Werte und die Redefreiheit in der Gesellschaft. Es war ein Weckruf, der nicht nur die AfD, sondern das ganze Land betraf. Die politische Klasse und andere Organisationen stellten sich gegen eine Rhetorik, die ihre auf Toleranz, Vielfalt und Respekt basierende Gesellschaftsordnung untergrub. Sie sahen in der Anklage gegen Höcke eine Gelegenheit, sich für die Verteidigung dieser Werte einzusetzen und eine klare Botschaft gegen Hass und Diskriminierung zutreffende Äußerungen zu übermitteln. Die Maschinerie der Justiz hat sich in Bewegung gesetzt. Aber die Räder der Gerechtigkeit drehen sich mit ihrem eigenen unveränderlichen Rhythmus. Obwohl die Anklage gegen Björn Höcke in die Wege geleitet wurde, hatte der Prozess zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Textes noch nicht begonnen. Die spezifischen Details, wie und wann das Verfahren in Berlin stattfinden würde, lagen noch im Nebel der Ungewissheit. Die Unbestimmtheit um den Prozessbeginn und seinen Ablauf spiegelten die komplexen Mechanismen des Gerichts wieder, das eine Vielzahl von Aspekten berücksichtigen muss, bevor es seine Tore für ein solches Verfahren öffnet. Darunter fallen Faktoren wie eine gründliche Prüfung der Beweise, die Klärung von juristischen Aspekten, der Terminkalender des Gerichts, die Verfügbarkeit der beteiligten Parteien und natürlich das Ausmaß der Strafsache selbst. Die Strafverfolgungsbehörden sind bekannt für ihre akribische Genauigkeit und Ausdauer. Es kann daher vorkommen, dass sich das Verfahren verzögert, während Sie die erforderlichen Informationen sammeln und analysieren und während Sie strategische Überlegungen anstellen, um die stärkste mögliche Argumentation für Ihren Fall vorzubereiten. Es lag somit eine Atmosphäre der Erwartung in der Luft, getränkt mit der Ungeduld und der gespannten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien, die sich fragten, was in den kommenden Wochen und Monaten geschehen würde. Beobachter aus der politischen Welt, Anwälte, Journalisten und Politikwissenschaftler verfolgten die Entwicklungen und waren gespannt auf die Festsetzung von Datum und Uhrzeit für den Beginn des Gerichtsverfahrens. Bis es soweit war, sahen sie sich gezwungen, in einer Welt der Spekulationen und Unsicherheiten zu verharren und die Ungewissheit auszuhalten. Sie warteten darauf, dass die Stunde schlägt, in der der Justizapparat beginnen würde, den Fall Björn Höcke zu beleuchten und zu entscheiden, ob seine Äußerungen tatsächlich als Volksverhetzung eingestuft werden könnten. Ohne Zweifel hielten sie alle Augen und Ohren offen für jede noch so geringfügige Neuigkeit über den Fortschritt des Prozesses, der noch vor ihnen lag. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.